. Sorry, wisst ihr, wo der Limbecker Platz hier ist? Was ist das? Limbecker Platz? Ich weiß nicht viel über hier. Limbecker Platz? Limbecker Platz? Nein, nein, Limbecker Platz. Limbecker Platz. Wir können hier auf Google Maps suchen. Ja, Limbecker Platz. Hast du nicht Interesse? Danke. Du musst es kapieren. Was? Ja. Keine Apps. Du musst es kapieren. Du hast keine Apps. Du hast keine Apps. Es ist auf der Bände. Du bist gerade hier. Du bist in der Bände. Nein. Du bist auf der Bände. Du siehst wie eine Modell, aber es ist nicht eine Katwalk. Es ist nur für Touristen hier. Nicht das, nicht das hier. Du sprichst mit der meisten introvertretten Person. Nein, nein. Alles ist ein bisschen schneller. Ich habe einen Blick. Ich kenne Heidi Klum für dich. Du sprichst mit der ersten Zeit. Ich brauche dich. 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 Ich brauche dich zuerst. Hey. Hey. Kurze Frage, was trinkst du am liebsten? Du trinkst ja am liebsten. Panta oder Filme? Panta-Cola ist ganz gut. Aber weißt du, was mich daran stört? Der Zucker. Und da habe ich vielleicht etwas. Hast du zufällig schon einmal von Air abgehört? Hast du eine Flasche zu Hause? Nein. Wie findest du das so? Finde ich ganz gut. Also du hast quasi ganz normales Leitungswasser, was du reinfüllst und wenn du's trinkst, zirkuliert die Luft durch diesen Duftpott und dann nimmst du in deinem Gehirn Geschmack wahr. Das ist ziemlich crazy. Du hast also noch keins? Nein. Jetzt hast du eins. Einfach so? Schenk ich dir. Danke. Willst du mal ausprobieren? Du musst nichts sagen. Versprochen. Muss gar nichts sein. Gerne. Und den kannst du einfach draufstecken. Wenn du den ganz runtergedrückt hast, ist der jetzt deaktiviert. Jetzt zieh den mal so ein bisschen raus. Genau so reicht. Und... Mh. Merkt man. Das ist echt cool. Du fragst dich, was ist das? Ist das Magie? Nein. Das ist er. Falls du noch eine Freundin oder so hast dir auch einen möchte, schenk ich dir noch einen. Danke. Alles klar. Wir sehen uns. Ciao. Mein Freund kann dir zeigen, wie es ist. Wenn es gut ist für den Backen. Du gehst so. Und dann stehst du den Backen straight. Und dann stehst du auf. Und dann hast du starken Arme. Sehr gut. Keep going. Keep going. Press. Keep it. Hold it. Slowly. Little bit slowly. Slowly. Little bit slowly. You are too fast. Yeah. No, no. Genau so. You can go further up. That was a beautiful form. Thank you, man. Thank you. Slowly. No, no. Same like me. Come on. With me. This beat. This beat. Yeah, yeah, yeah. Dass du das einfach kannst. Eher? Warum denn von mir? Hier hat's jetzt doch jeder. We do together. Stop, stop, stop. 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 Oh no, you guys are moving there. And. Yes. Yes. Das ist anstrengend. Respekt an ihrer Job. Das ist kein, kein easy Job. Guck mal. Das, für mich ist das super easy. Für mich ist aber schwer, wenn mir irgendjemand an der Kamera hier hält und dann, sag mal, das Lustige ist so. Das kann ich überhaupt nicht zum Beispiel. Weiß, obwohl das für alle hier... Das kann ich einfach nicht. Bring es hinter uns. Wir are filming a funny video up there. Okay, have a nice holiday, okay? Thank you. Bye, bye. Bye.